Okay, warte ich, Moment, wie sagt er das? Okay, okay. Alles klar, und weg. Und laufen. Gut. Und kommen lassen, kommen lassen, kommen lassen. So, geradeaus fliegen. Den Drachen steigen lassen, du bist zu schnell. Nach rechts. Rechts, hallo, rechts. Schon rechts. Ja, Richtung Schweinestall. Und du bist zu schnell. Du bist zu schnell und bring mal Ruhe rein. Lass den Drachen fliegen und halt deine Beine ruhig. Lass den Drachen fliegen, ja. Lass den Drachen fliegen, bleib etwas rechts, die Richtung stimmt nicht. Eher rechts bleiben und nicht so viel ziehen und drücken. Einfach fliegen lassen, ja, lass den fliegen, ja, okay. Jetzt hast du ihn, ja, okay. Bisschen weiter rechts fliegen, du bist etwas zu weit links. Etwas rechts halten, du bist immer noch etwas weit links. Ja, und nicht so viel ziehen und drücken, sondern den Drachen einfach mit 35 kmh fliegen. So, jetzt 180 Grad Kurve links rum, links rum. Sonst kommst du zu niedrig, links, ja. So, ja, okay. Dann rechts von der Straße, bleib auf der Straße. Parallel zur Straße fliegen. Parallel zur Straße. Jetzt 90 Grad Queranflug, 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 ja. Queranflug ausleiten und jetzt gerade stellen den Drachen und Endanflug. Bisschen schneller, etwas schneller, ja, kommst gut. Super. So, schön aufrichten. Okay, und rausdrücken. Mitte Landeplatz, besser geht nicht, ja. Alles gut. Alles gut.